So, wie lange war der Prozess? Wie lange war der Prozess? 2,5 Monate. 2,5 Monate? Ja. Und wie ist Heidi Klum? Sehr nett. Sehr nett, ja. Sie sieht aus wie eine Nette. Bitte? Sie sieht aus wie eine Nette. Ja, ne, ist sie wirklich sehr. Kann man nur Gutes sagen. Das ist meine Karte. Ich nehme mir eine raus. Und für nächstes Jahr, was würden Sie machen? Ähm, ich versuche für mich weiterzuarbeiten mit Kranken.